Ich bin der Franz, aber auch einmal im Sommer kein Wind und leider kein Bier. Das muss ja. Aber dafür haben wir viel Schnee, viel Wasser. Und da muss es auch Hitzen. Es muss sein, da wird es auch im Geschnitz, auf irgendeinem Berg im Nirgendwo. Aber es ist ein riesen Gaudi. Ich habe leichte Widrigkeiten gestoßen. Ein Bergwanz, ein richtig Berg. Jetzt wirst du da irgendwie nachdampfen, da. Meine Knie hat es aufgerieben. Da ist ein Knie tiefer, schnell. Ja, ja, ja. Leiten seid vor, dass du da nicht gehören müsst. Jetzt habe ich langsam gefallt. Jetzt hat das Loch da. Am Stammgefahr. Wie tief ist denn das, Robert? Gut. Alter, was? Schauen Sie mal, wie tief ist. Bis zu den Knirten anhören. Alter, Vater. Boah. Ich muss ein bisschen dokumentieren. Und... Nein, nein. Der Hund doch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Knie. Ein bisschen kalt bei den Knirten. Der ist drin. der Schienbauer. Der ist drin. Der ist drin. Sag einmal. Ausstürf ist da. Was ist? Ausstürf. Ausstürf. Ha. Ah, jetzt haben wir fast die Skifrau scheiße, die Skifrau ist drin. Ah, halt die Guste, halt die Guste. Wie dir pissen das? Arsch, arsch, arsch! Jetzt tun wir noch mal zurückfilmen, damit es frisst, woher man kann man sein. Der Auge ist nicht gut. Ja, aber ich fühl's nicht gut. Hallo. Das ist der Überfall. Da ist der Schichtdorf. Da gehst du ja auf die Bahn. Das ist der Schichtdorf. Das ist der Schichtdorf. Das ist der Schichtdorf. Da war jetzt der Arschschuf. Fein. Der kann sich mit der Arschschuf. Geh. Das ist ein neues Baum und der Winz. So laut noch hoch ist der Schichtdorf. Da hat der Franz eine gute Ruten ausgedreht, finde ich. Der ist nicht einmal wandern. Der ist voll wandern. Extrem wandern. Der Massachusetts sind sicher nicht der Grieger. Oaj. Fura mennt mal. Franz meine Sülkenbänen aus. Ach, ich bin so fett bist du noch mit den Haun. Haha. Das wenigstens muss man ja auch. Was bringt man jetzt was? Es wird immer eingefickt. Eier wie Prämmer. Das haben wir eh. Du wolltest das nicht mehr. Das geht besser. Untertitelung.nu